Ah, was denken die NPCs? Ach hey, kennt ihr das? Wenn ihr einfach mal denkt, was denken eigentlich die NPCs den ganzen Tag? Dann seid ihr genau richtig hier, bei dem neuen Format NPC-Denking in spite by seh in Videobeschreibung Heute schauen wir uns mal an, was die ganzen NPCs in der Nähe von Ulda denken und Umgebung Also, talalala Also dann Haut rein und viel Spaß Oh, ist das so warm Oh mein Gott, ist das so warm Ich hab mich doch echt in den Schatten Oh Mann Oh, ist das so heiß Oh, ich werde alle töten Oh, ich werde alle Alle Oh Oh, die Welt ist so schön Aber es fehlt doch was Hm, wieso kommt dir keiner irgendwas kaufen? Hm Mir wurde gesagt, hier ist so viel los Oh, so viel los Hm, vielleicht liegt an der Jahreszeit Ich bin der Krasseste Ich haue Luft Ich brauch keine Trainingspoppen Ich haue Luft Baum ist die Ich haue Luft Ich haue Luft Ich haue Luft und mache das die ganzen tag und werde von der legion bezahlt 102 103 hundert und vier hundert und fünf das geht doch schon jahre hilfe und du hast es bis zum ende geschafft ich freue mich sehr dass du das eingeschaltet hast ich hoffe dir hat es gefallen wenn du feedback hast sagt bescheid in die kommentare guckt in die video beschreibung damit ihr auch seht von wem ich diese von wem ich inspiriert wurde ja man hat echt coole videos also dann ich hoffe wir sehen uns bald wieder zum nächsten video zum nächsten format war das würde ich das einigste sein also dann hat er rein und ciao und 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 Bis zum nächsten Mal.